Hallo liebe Shop-Besucher, heute habe ich für Sie eine Bauchtasche mit fünf Reißverschlussfächern aus butterweichem Nappa-Leder und ich zeige Ihnen mal die Vorzüge. Hier vorne haben wir das erste Fass, da drin befindet sich immer unterhalb des Klettverschlusses der Einkaufswagenchip. Hier können Sie zum Beispiel Taschentücher hineinpacken, wenn Sie nichts hineinpacken, da passt auch mal eine Brillenbox hinein, ist das Ganze ein Kassettenfach, trägt nicht auf und fällt in sich zusammen. Das zweite Fach ist optimal geeignet für ein Handy, das passt hier auch mühelos hinein. Links und rechts haben wir zwei kleine Fächer, da kann man zum Beispiel, wie ich jetzt, ein kleines Taschenmesser oder auch mal eine Handcreme einpacken. Für die Leute, die gern mit ihrem Hund Gassi gehen, ist das optimal für die Leckerlis, kann ich nur aus Erfahrung sagen. Im großen Fach, wenn ich das öffne, befindet sich hier oben erstmal zwei Gummis eingearbeitet für die Stifte, gerade wenn sie im Urlaub sind, müssen sie die nicht mehr suchen, sondern sie sind griffbereit. Unter anderem habe ich hier sogar einen Timeplaner drin, das heißt, da passt natürlich auch eine kleine Kamera hinein. Dann hole ich unsere Geldbörse heraus. Diese Geldbörse ist wieder mit der Diebstahlsicherung von HPC exklusiv, mit diesem kleinen Karabiner, an unserem Schlüsselring befestigt. Das heißt, Ihre Geldbörse kann nicht verloren gehen, kann auch nicht gestohlen werden. Dieser Schnellspannring wird geöffnet, indem man entgegengesetzt drückt. Die Schlüssel können Sie mühelos herausnehmen. Sie verlieren Ihren Schlüssel nicht und haben ihn immer greifbar, da das Ganze mit einem Band an der Bauchtasche befestigt ist. Wenn ich die Bauchtasche umdrehe, sehen Sie auf der Rückseite einen sehr großen Reißverschluss. Das beinhaltet, dass Sie endlich eine Bauchtasche haben, in die Sie auch ein Reiseticket hineinbekommen, was bei anderen Bauchtaschen sehr oft nicht geht. Wenn Sie jetzt im Urlaub sind und wollen ein Geschenk für die Zorausgebliebenen mitbringen, müssten Sie mit der Bauchtasche eigentlich schon wieder eine Tüte kaufen. Auch das haben Sie sich in Zukunft gespart. Sie öffnen den unteren Reißverschluss, öffnen den oberen Reißverschluss, greifen hier hindurch und dann kommt eine kleine Nylontasche heraus, in die Sie Ihren Einkauf, Ihren Spontaneinkauf, was auch immer hineinpacken können. Dann tragen Sie diese Bauchtasche natürlich nicht mehr als Bauchtasche und aufgrund dessen, dass wir die Möglichkeit haben, bei dieser Tasche zweimal zu verstellen, also Sie haben hier zweimal Verstellmöglichkeiten, hier hinten haben wir einen praktischen Verschluss, das wird einfach aufgedrückt, machen Sie aus dieser Bauchtasche, die Sie ja vorwiegend tragen, wenn Sie sportlich gekleidet sind, kurzweilig eine Umhängetasche, haben aber die Hände frei, denn dafür haben Sie eine Bauchtasche gekauft. Noch ein kleiner persönlicher Tipp von mir, wenn Sie in den Urlaub fahren und wollen Bargeld mitnehmen, dann nehmen Sie die Scheine, gehen Sie in diese Nylon-Bag hinein, schlagen das Ganze um, schön ordentlich einpacken, damit das hintere Fach auch entsteht, bitte nicht einfach nur so hineinknollen. Und dann haben Sie Ihr Geld sicher untergebracht, das hintere Fach besteht, da packen wir unser Reiseticket hinein und kein Mensch weiß, dass Sie so viel Geld eingepackt haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und freue mich auf Ihren nächsten Besuch.